Was aus dem Mund herauskommt Jesus bringt den Menschen etwas bei Einmal kamen die jüdischen Leid zu Jesus und beschwerten sich über seine Freunde, die Jünger. Wir haben gesehen, dass deine Jünger sich vor dem Essen nicht die Hände gewaschen haben. Das ist aber seit Jahren eine vorgeschriebene Tradition. Warum brächt ihr das Gesetz Gottes, indem ihr eure Tradition höher achtet als ihn, entgegnete Jesus. Mit euren Worten ehrt ihr Gott zwar, aber ihr macht es nicht von Herzen. Ihr zwingt den Menschen eure Regeln auf, habt aber vergessen, dass das Wichtigste ist, die Menschen zu lieben. Genau das tut ihr aber nicht, obwohl es Gott in seinem Gesetz ganz klar vorschreibt. Danach wandte er sich von ihnen ab und erklärte den anderen Menschen. Nichts, was in den Mund hineingeht, kann euch zu einem schlechten Menschen machen, sondern das, was aus eurem Mund herauskommt, zeigt, ob ihr ein gutes oder böses Herz habt. Tut deshalb alles, was euch die jüdischen Leiter sagen, übernehmt aber nicht ihre lieblose und heuchlerische Einstellung.